Bara, du hast mit irgendetwas recht, sagt Lena. Ich weiß nur nicht mit was. Mit den Perks und mit den Leuten, die da am Haken hängen oder nicht. Das regt mich auch immer bei dem Amerikaner-möchtegern Eminem-Typen auf. Dass er genau davor sitzt? Ja, nee, genau. Dass er seine Cam genau davor hat, wo man sehen könnte, wer denn jetzt schon krabbelt, wer hängt und wer schon tot ist. Okay. Ja, weil das ist das Spannendste halt, weißt du? Also, für dich ist das Spannendste. Ja, für die Zuschauer im Allgemeinen, weil ich meine, die Perks, die verändern sich. Alle gucken immer in diese kleine Ecke. Keiner guckt auf das Bild da drüber, alle gucken immer da unten hin. Wer ist jetzt angehauen? Äh, angehauen? Angehauen? Witziges Wort, angehauen. Wer ist angehauen? Sowohl angehauen, ja. Was haben wir für einen Killer? Den doch gleich. Immer noch den gleich. Immer noch den gleich. Mhm. Es ist... Es ist... Immer noch der Fallensteller. Äh. Trap, trap der Trapper. Trip, trip der Fallensteller. Trap, trap der Trapper. Oh mein Gott. Ein Medikit. Oh nein. Ich hab's noch gesehen, das ist das Beste dran. Hilfst du mir mal? Danke. Ja. Bitte. Na heut los, ich krieg nur Medikits. Immerhin. Ja, darf's ja auch nicht behalten. Wenn es behalten dürftest du jetzt Taschenlampen. Ja, natürlich. Wenn es zwei Taschenlampen hintereinander gewesen. Ich sehe euch gar nicht, was solltet ihr denn? Wir gehen spazieren ums Gebäude. Oder meinst du die anderen? Ja, ich mein euch. Es gibt ja gar keine Haken in der Nähe. Außer der Keller. Kellerhaken ist doch cool. Nö. Aber komm ich auch nicht so schnell hin. Ja, aber es hat keiner von uns Haken abmontiert eigentlich. Hallo. Ja, aber da war er. Oh, hallo. Hallo. Bye. Aber in der Mitte ist es voll schwer, jemanden auch das zu kriegen. Wir sind direkt aneinander vorbeigerannt. Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Aus der Ferne. Hui. Dankeschön für den Schubsack. Bitte. Mach ich gerne nochmal. Nein. Bitte nicht. Ich hab's doch mit dem Rücken. Hallo. Ich hab... Boah, Alter. Ich wickel nicht mal, weil es bringt ja nichts. Das bringt doch nichts. Weil hier jetzt gleich der Keller ist. Legt da ne Trap hin? Keine Ahnung. Hab's nicht hingeguckt. Da bitte bitte. Ne, ist keine Chapter. Ey, der hat ja grüne Rosentaschen, der Dwight. Dankeschön. Cool. Ja, der hat ja auch coole Armbändchen. Ja, ist mir auch grad erst aufgefallen. Mhm. Irgendwie bestimmt auch so ein bisschen so ein Hippie. Keine Ahnung. Oder so ein halber Peter Morpfei oder so. Ein halber Peter Morpfei oder so. Ein halber Peter Morpfei. Ja, sonst hätte er ja viel mehr. Sonst hätte er ja viel mehr. Es sind ja keine Freundschaftsbändchen. Es sind ja keine Freundschaftsbändchen. Es sind ja nur so, äh, Bändchen. Kali, ist er noch bei dir? Nein. Kein Stahlkuchen, er ist nicht bei mir. Höflicher Killer. Keller festcampen ist auch ein bisschen. Also wer im Keller kennt, der, äh... Oh nein! Nicht schon wieder! Ups. Wir sind ja gar nicht mehr vor dir gelaufen. Was passiert, mein Stahl? Okay, jetzt schäme ich mich. Niemand ist Kali holen gegangen, obwohl er nicht da war. Ich war auf dem Weg, aber... Ja, schämt euch! Schämt euch! Ja. Ich hatte, ich hatte ihn an... Ich hatte den Killer in der Backe. Das ging nicht braun. Möge die euch alle schämen. Fuck, 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 fuck! Sorry! Oh, fucky! Nein! Oh, fucky, Alter! Oh, fuck, 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 fuck! Du machst jetzt die Tür hinter mir auf! Ey! Killer! Nein! Was ist los? Lies die Karte, Swilgar! Lies die Karte! Hast du Angst, Herr Killer? Hast du Angst? Nein, Bader! Ich hab den unendlich Ding ins Park, glaub ich, oder? Das ist ein Hass? Du bist tot! Ich konnte gerade nicht Space drücken! Ja, weil er dich versucht hat abzuhängen, aber der Killer hat Jake vorweg gezogen hat. Ja! Ja! Geile Sache! Das sollen sie auch mal irgendwie fixen, ey! Ist doch voll piez! Voll in die Arsch! Was entsteht da, wenn man jemanden abzieht? Dann kann er nicht weiter Struggeln! Dann kann er nicht mehr Struggeln! Dann kann er nicht mehr Struggeln! Wenn er dich mittendrin wegzieht! Ja! Das ist arschig! Mhm! Das sollten sie wirklich dann fixen! Ja! Jetzt geh doch einfach! Also entweder du gehst jetzt raus, oder du hilfst ihm! Das ist doch ein Geschenk für dich! Wilger, ist der bei dir? Ja! Er legt einen Stahlkuchen! Geh raus! Wirklich? Ja! Ja! Du! Du bist schuld! Ja komm! Ja komm! Ja komm! Hallo! Ja komm! Kann ich auch irgendwelche Emoze machen? Ne, leider nicht! Ich glaube nicht, oder? Der Killer kann leider keine Emo machen! Der kann nur hauen! Oh, ich hab Punkte bekommen! Ja komm! Ja komm! Ja komm! Ja komm! Wenn er dich vielleicht noch kriegt, ne? Ja komm! Dann hätte ich dich aber... Ausgelachtet! Ja, bräuchte ich ein anderes Perk! Dann wäre es vielleicht sogar geil! Ja! 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 Ja!